Es ist ein sonniger Morgen. Der Tag des Umzugs ins Pflegeheim für Familie Sanders ist gekommen. Hannelore Sanders, 82 Jahre alt, packt letzte Kleidungsstücke in ihren Koffer, während ihre Tochter Sabine versucht, optimistisch zu bleiben. Mama, ich weiß, dass es jetzt schwer ist, aber es wird dir dort gut gehen, ganz bestimmt. Und sie haben da ganz tolles Pflegepersonal. Da wirst du dich sicher ganz schnell wie zu Hause fühlen. Ja, ich weiß, Sabine, aber es ist einfach so schwer, dieses Haus zu verlassen. Hier stecken so viele Erinnerungen drin. Stellt euch vor, ihr müsst plötzlich euer vertrautes Zuhause verlassen. Die Geräusche, die Gerüche, die Erinnerungen, alles, was ihr über Jahre hinweg aufgebaut habt, bleibt zurück. Für viele ältere Menschen wird aus dieser Vorstellung Realität. Der Umzug ins Pflegeheim, das ist ein großer Schritt, der mit sehr vielen Emotionen verbunden ist. Für sie selbst, jedoch auch für ihre Angehörigen. Heute spreche ich mit Expertinnen zu genau diesem Thema. Wir besprechen nicht nur die Sicht der Betroffenen, vor allem geht es um die Pflegenden. Ich bin Ralf Pozzus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast. Bei mir ist Ulrike Kämpchen. Sie ist die Leiterin der Rechtsabteilung beim Pflegeschutzbund. Schön, dass du dabei bist. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Erklär mal bitte kurz, was der Pflegeschutzbund macht. Der Pflegeschutzbund ist eine Interessenvertretung für pflegebetroffene Menschen. Pflegebetroffene Menschen deshalb, weil sich an uns nicht nur Pflegebedürftige selbst wenden, sondern zum Beispiel auch deren An- und Zugehörige, die ja auch irgendwo von der Pflege betroffen sind, weil sie zum Beispiel organisieren und vertreten. Und diese Menschen haben viele Fragen und Probleme und dabei beraten wir sie, aber wir vertreten auch deren Interessen in der Politik. Und gegründet wurden wir tatsächlich vor 50 Jahren von pflegebedürftigen Bewohnerinnen einer Einrichtung, die irgendwie so das Gefühl hatten, sie haben ihre Rechte an der Haustür abgegeben und haben sich dann zusammengetan und einen Verein gegründet. Und den führen wir seit 50 Jahren fort. Also eine richtige Revolution mit Meuterei im Altersheim, so klingt es. Naja, das war 1974, das war also schon noch andere Zeiten, da ist man wirklich in so eine Institution eingezogen und man hat die Menschen damals auch noch als Insassen bezeichnet und Einrichtungen hießen ja Anstalten. Also ein bisschen Revolution war das tatsächlich, ja. Ja, ich kenne das auch noch damals vom Zivildienst, habe so die letzte Runde mitgemacht und da gab es dann einige, die sind extra mit verdunkelten Scheiben durch die Gegend gefahren und es hieß auch immer die Insassen und bloß nicht zeigen, ja, so verstecken. Da hat sich ja zum Glück einiges geändert, ja. Worauf sollte ich als Angehörige achten, damit ich das passende Pflegeheim finde? Welche Punkte sind hier wichtig? Es gibt ja zahlreiche Angebote. Das stimmt. Also man sollte vorher vielleicht auch mal mit der pflegebedürftigen Person sprechen, was sie eigentlich möchte. Viele möchten zum Beispiel in ihrem Quartier bleiben, wo sie seit vielen Jahren leben. Viele möchten gerne in der Nähe der Familie sein. Vielleicht ist auch jemand gläubig und möchte in eine konfessionsgebundene Einrichtung, weil er da einfach auch Angebote bekommt, die ihm gefällt. Vielleicht haben die auch tatsächlich Bekannte, die da schon leben. Oder man kennt das Heim, weil man vielleicht beim Sommerfest mal da war oder Menschen besucht hat. Das sind also alles so verschiedene Kriterien, wobei man muss auch mal ganz ehrlich sein, so groß ist das Angebot in manchen Regionen nicht. Da haben wir lange Wartelisten und da kann man froh sein, wenn man einen Heimplatz bekommt. Aber wenn man wirklich die Auswahl hat und es gibt sogar die Möglichkeit, sich das Heim anzuschauen, dann sollte man das auch irgendwie tun. Denn viele Dinge spürt man nur, wenn man in dem Haus drin ist und auch mal die Menschen anschaut und mit ihnen spricht, als wenn man von außen guckt. Wenn man jetzt sich was aussuchen könnte, dann würde ich auch jetzt sagen, wenn ich so an mich denke, 140 Quadratmeter Balkon und es muss auf jeden Fall eine Kuba-Bar vor Ort sein und gutes Internet, ganz wichtig. Wenn man das bezahlen kann, gibt es das bestimmt. Das ist nämlich genau das Ding, weil der Anspruch, der beißt sich dann sehr mit der finanziellen Realität. Und hier muss man teilweise ja richtig zurückstecken, weil ein normales kleines Zimmer ohne irgendwas kostet schon für viele einfach zu viel. Genau so ist das. Also wir haben mittlerweile in den letzten Jahren erhebliche Anstiege bei den Kosten. Das liegt natürlich einmal an den Personalkosten. Denn das Personal, was 24-7 vorgehalten wird und bezahlt werden muss, soll ja auch anständig bezahlt werden. Und dann wurde ja 2022 das Tariftreuegesetz eingeführt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Personalkosten sehr gestiegen sind. Und in manchen Ländern ist auch einfach das Bauen teuer. Wenn man zum Beispiel Nordrhein-Westfalen anschaut, da hat man Investitionskosten von bis zu 800 Euro. Das ist die eigentliche Kaltmiete. Und da summiert sich natürlich einiges. Das heißt, man muss natürlich auch auf den Geldbeutel achten. Was kann ich mir leisten? Ist es eine schicke, hochpreisige Seniorenresidenz? Oder ist es eher das, in Anführungsstrichen, normale Pflegeheim um die Ecke? Und darauf läuft es wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach hinaus. Wahrscheinlich ist es mal wieder Zeit für so eine Revolution im Altersheim. Zusammen mit denjenigen, die da angestellt sind, damit sich da vielleicht politisch mal was ändert. Das wäre unser großer Wunsch, dass es mal tatsächlich eine echte Pflegereform gäbe. Und zwar so, dass die ganze Finanzierung mal neu gedacht wird. Im Augenblick haben wir ganz viel Flickwerk. Es gibt immer mal wieder gesetzliche Regelungen, die zum Beispiel eben jetzt gerade für das Personal mehr Gehalt gebracht hat. Hoffentlich kommt es an. Das kann ich gar nicht genau überprüfen. Und es gibt dann mal wieder ein paar mehr Zuschüsse für die Betroffenen. Aber tatsächlich eine echte Reform wäre mal sinnvoll, weil das System steht finanziell an der Wand. Einmal finanziell und natürlich fachkräftetechnisch. Nachher schauen wir uns auch noch mal mit meinem nächsten Gast die Seite der Pflegenden an und welche Herausforderungen auf sie zukommen. Habe ich ja versprochen. Gerade in Bezug auf neue Bewohnerinnen und Bewohner. Nur ist es ja auch vollkommen klar, dass gerade auch für die Angehörigen die Umstellung überfordernd sein kann, wenn eben ein lieber Mensch ins Pflegeheim ziehen muss. Wie unterstützt ihr jetzt alle Angehörigen? Tatsächlich ist es ja so, man hat die Erwartung eigentlich, dass die Versorgung im Pflegeheim genauso ist, wie man sich das wünscht und wie man das zu Hause selber machen würde. Das heißt, da ist schon ein gewisser Anspruch da, dass die Lieben möglichst perfekt, individuell, selbstbestimmt, liebevoll versorgt werden. Und dem steht irgendwo die Realität gegenüber, dass wir viele Bewohnerinnen und Bewohner haben mit unterschiedlichen Bedürfnissen und tatsächlich dazu auch hohe Anforderungen eben ans Personal. Und natürlich, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Es werden vielleicht mal Bedarfe auch übersehen. Und die Pflege ist, das muss man ganz ehrlich sagen, im Augenblick draußen auch einfach nicht perfekt. Und dann kommen natürlich Konflikte hoch oder auch Probleme oder man stellt Mängel fest. Und hier beraten wir tatsächlich mal dahingehend, wo sind eigentlich die Rechte der Betroffenen? Wie kann man diese umsetzen? Aber wir begleiten auch zu Gesprächen und versuchen Konsens zu finden. Denn am Ende der Fahnenstange steht ein pflegebedürftiger Mensch und der muss gut versorgt werden. Wir wissen natürlich, welche Rechte die Betroffenen haben. Wir helfen auch bei der Umsetzung. Aber Recht haben und Recht kriegen sind zwei Paar Schuhe und man muss gucken, was in dem System möglich ist. Aber da begleiten wir eben von der Problemstellung bis zur Lösung. Und wie unterstützt ihr Pflegende? Pflegende selber sind erstmal nicht unsere ersten Ansprechpartner. Aber in dem Augenblick, wo wir tatsächlich auch jetzt bei Konflikten zum Beispiel helfen, eine Lösung zu finden und auch ins Gespräch mit den Einrichtungen gehen, da ist natürlich irgendwo auch am Ende eine Hilfe für die Pflegenden dabei. Denn auch die wollen sich ja in der Situation der Versorgung wohlfühlen. Und wie können Angehörige auch Pflegende unterstützen? Weil möchte man ja auch mit einem guten Gefühl wieder rausgehen, wenn man weiß, die mag ich, den traue ich das voll zu. Und den möchte ich jetzt hier auch meine Wertschätzung rüberbringen. Also ganz oft entstehen Konflikte dadurch, dass die Leute nicht miteinander reden, dass die Kommunikation gestört ist. Natürlich hat man als Angehöriger hohe Erwartungen, wenn man sieht, dass am Ende des Monats unter der Rechnung 4000 Euro stehen. Aber so ein bisschen Verständnis aufbringen, wie eigentlich die Pflege läuft und aufeinander zugehen, ist sehr hilfreich. Und gerade heute haben wir zum Beispiel eine Veranstaltung, die nennt sich BIFA Dialog für unsere Mitglieder. Und da sprechen wir mal über Kommunikation und wie man respektvoll und wertschätzend miteinander kommunizieren kann. Und wenn man das schafft, auch als Angehöriger, dann ist das oft sehr hilfreich. Und dann wird man in der Regel auch ein zumindest neutrales bis gutes Verhältnis mit den Pflegekräften aufbauen können. Und dann ist ja schon vielen geholfen. Ich sage es ja immer wieder, Kommunikation ist der Schlüssel. Einfach miteinander reden, auch natürlich gerade, wenn es ein bisschen schwierige Situationen gibt. Schon heute gibt es zu wenige Pflegebeschäftigte. Wie sind die Prognosen für die Zukunft? Super düster wahrscheinlich, oder? Also muss ich jetzt meine Angehörigen schon vorwarnen, dass es mal ihre Aufgabe sein wird, mich später zu pflegen. Wo gibt es dann Unterstützung? Also tatsächlich kann das passieren, ehrlich gesagt. Wenn man sich mal so ein bisschen die politischen Überlegungen anschaut. Früher hatten wir immer den Satz ambulant vor stationär, weil vermeintlich ambulante Versorgung billiger war als stationäre. Heute sagt die Politik das ganz groß, weil die genau wissen, ohne Angehörige und Ehrenamtler wird es nicht laufen in der Zukunft. Wir haben einfach zu wenig Fachkräfte. Ja, und so bereiten sich natürlich zum Beispiel gerade auch Kommunen darauf vor, ehrenamtliche Strukturen zu schaffen. Und die Politik denkt darüber nach, wie man auch Angehörigen das Leben leichter machen kann. Denn pflegender Angehöriger zu sein, ist ein richtig harter Job. Man muss ja auch noch für sich selber sorgen. Und da Anreize zu schaffen, vielleicht auch tatsächlich finanzieller Art, aber auch Entlastung. Daran arbeitet die Politik, weil sie einfach nicht wissen, was sie sonst machen können. Natürlich versuchen die auch irgendwie Pflegekräfte und Fachkräfte anzuwerben und auszubilden. Aber wir müssen uns nur die Demografie angucken. Und dann wissen wir, das wird nicht klappen. Wir brauchen Angehörige. Das sieht also erstmal nicht so rosig aus. Vielen Dank, Ulrike, für die ganzen Infos. Sehr gerne. So, jetzt haben wir schon die Seite der Pflegebedürftigen und Angehörigen beleuchtet. Aber auch für die Pflegenden kann der Umzug ins Pflegeheim zur Herausforderung werden. Wie sie neuen Bewohnerinnen und Bewohner den Start ins Pflegeheim so angenehm wie möglich machen und sich selbst schützen können, darüber spreche ich jetzt mit BGW-Beraterin Julia Ludwig Hartmann. Wir haben jetzt die Seite der Pflegebedürftigen und Angehörigen beleuchtet, aber auch für die Pflegenden kann der Umzug ins Pflegeheim zur Herausforderung werden. Wie sie neuen Bewohnerinnen und Bewohnern den Start ins Pflegeheim so angenehm wie möglich machen und sich selbst schützen können, darüber spreche ich jetzt mit BGW-Beraterin Julia Ludwig Hartmann. Ich grüße dich, hallo. Hallo, ich grüße dich auch, lieber Ralf. Ich freue mich sehr. Ich auch. Und ich starte gleich mal mit meiner ersten Frage, Julia. Was sollten Pflegende vor dem Einzug von neuen Bewohnerinnen und Bewohnern beachten? Da gibt es ja nun jetzt nicht den Tag, an dem alle kommen, wie so eine Einschulung. Das ist ja so immer im Fluss, mitten im Arbeitsalltag. Ich könnte die Frage ganz kurz beantworten. Was sollten Pflegende vor dem Einzug beachten? Sich selbst auch. Aber ich denke, du hast Anspruch auf eine etwas ausführlichere Frage. Ja, ich habe immer Anspruch, so bin ich einer. Ja, worum geht es dem Team? Das Pflegeteam überlegt ja vor dem Einzug, was können wir tun als Team, damit der Bewohner, die Bewohnerin sich hier wohlfühlt. Und man schaut, welche Pflegerisiken hat dieser Mensch und was können und was müssen wir für die Gesundheit tun. Und ich plädiere eben dafür, genau diese Fragestellung auch mal in die eigene Richtung zu wenden. Also, was brauchen wir, um im Miteinander mit dem Bewohner, mit der Bewohnerin uns wohlzufühlen? Welche Risiken ergeben sich für uns aus der Pflege und was brauchen wir für unsere Gesundheit? Und das ist so die Kernfrage und es finden ja im Vorfeld immer Gespräche statt. Und da gilt es eben genau zuzuhören und herauszufinden, welche Themen bringt der neue Bewohner, die neue Bewohnerin mit, die vielleicht in besonderer Art und Weise auf die Gesundheit, auf die Sicherheit der Pflegekräfte einen Einfluss haben. Beispiel, eine Chilenin meldet sich an. Wäre es da nicht eine gute Idee, dass mal jemand aus dem Pflegeteam für eine Teamsitzung eine, ich sag mal, Länderkunde vorbereitet? Was ist das Traditionsessen? Wie ist die Religion? Wie ist die Landschaft? Gibt es da Berge? Gibt es da Meer? Wie begrüßt man sich? Und das wäre doch hilfreich, einfach zu wissen, um da in ein gutes Miteinander zu kommen. Und man kann auch dadurch ein Stück weit Konflikte vermeiden, die sich vielleicht ergeben könnten. Denn je unterschiedlicher die Kulturen sind, im Gegensatz zu unseren deutschen Prägungen, umso eher können sich auch Konflikte ergeben. Und die kann man vermeiden. Also warum nicht gemeinsam mit den Angehörigen, mit der Bewohnerin einmal das herausfinden, vielleicht auch mal eine Schulung zur Interkulturalität? Und es ist ja so, auch das Pflegeteam ist ja interkulturell. Insofern haben wir hier wieder eine Win-Win-Situation. Oder ein anderes Beispiel. Ein Bewohner meldet sich an, der bewegungseingeschränkt ist. Und braucht jetzt vielleicht Hilfe, zum Beispiel, um aus dem Bett zu gelangen. Und das ist ja eine Tätigkeit, die nicht nur anstrengend ist für Pflegekräfte, sondern auch am Ende möglicherweise gesundheitsgefährdend. Und da darf es nicht dem Ungefähren überlassen werden, wie jetzt genau wir diesen Bewohner in seiner Mobilität fördern. Sondern es macht ja gar keinen Sinn, die Mobilität des einen zu fördern und die eigene Mobilität dabei aufs Spiel zu setzen. Und deswegen gilt es, da ganz genau hinzugucken und sich darauf vorzubereiten. Also brauchen wir Hilfsmittel? Haben wir die Hilfsmittel? Können wir damit umgehen? Denn oftmals lese ich ja in Leitbildern, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und das bedeutet für mich, auch die Pflegeperson ist ein Mensch. Für mich bedeutet der Mensch im Mittelpunkt eine ganz konsequente Bewohnerorientierung, gleichrangig zur Mitarbeiterorientierung. Du kannst das Balance nennen. Nenn es Balance, das wäre mir wichtig. Da haben wir es auch wieder. Kommunikation ist alles. Im Vorfeld einfach schon mal mit allen sprechen. Den Angehörigen und der zu pflegenden Person. Und schon weiß man, worauf man sich einlässt. Die Krankenakte ist also das eine. Und das direkte Gespräch das nächste. Wie bereiten sich jetzt Pflegeeinrichtungen auf neue Bewohnerinnen und Bewohner vor? Insgesamt gibt es da so eine Checkliste? Da gibt es eine Checkliste. Aber wie du sagst, hauptsächlich ist ja jetzt erst mal das Gespräch. Und natürlich habe ich eine Checkliste. Aber für mich ist ganz wichtig, dass man sich schon mal vorbereitet, dass man seine eigene Hektik, ich habe Hektik im Pflegealltag, die muss ich erst mal aus mir herausnehmen. Ich muss eine störungsfreie Atmosphäre schaffen, um in dieses Gespräch zu gehen. Weil hier kann jetzt ganz viel abgesprochen werden. Und es muss hier auch um Offenheit geworben werden. Also das Geklärte und auch Vertrauen hilft auch den Beteiligten für einen guten Start. Weil der erste Eindruck ist ausschlaggebend für das weitere Miteinander. Und dann kann auch das Einander gewöhnen, schön werden und Störfaktoren, Konfliktpotenziale geradezu anfangen können, reduziert werden. Also Pflegende sollten sich oder sind sich auch darüber bewusst, was es für sie selber bedeutet, wenn ein neuer Bewohner mit völlig ausgelatschten Schuhen, mit einer völlig veralteten Brille antritt. Das bedeutet Unsicherheit beim Gehen, auch in der fremden Umgebung. Selbst mit Hilfsmitteln ist hier eine Unsicherheit da. Das heißt, eigentlich ist ein Sturz vorprogrammiert, zu viel Sitzen, zu viel Liegen, Bettlägerigkeit. Das geht alles am Ende zu Lasten, auch der Pflegekräfte. Und wenn man sich das verdeutlicht und verdeutlicht, dass auch den Angehörigen Leute, stattet diesen Menschen bitte mit gutem neuem Schuhwerk und mit einer aktuellen Brille auf. Das ist nur mal so ein kleines Beispiel an der Stelle. Ja, aber super wichtig. Also man kann da ja mit ganz viel verhindern. Günther, alte Latschen weg und dann klappt das die nächsten Wochen und Monate besser mit dem Gehen. Gerade ältere Menschen sind ja sehr viel sturzgefährdet. Also das sollte man auf jeden Fall mal genauer beachten. Den Menschen von oben bis unten screenen. Was kann ich hier in Anführungsstrichen verbessern? Ja, was kann man verbessern? Ich glaube, verbesserungswürdig ist ganz oft das Miteinander zwischen Angehörigen und den Pflegekräften. Angehörige befinden sich oft in einer Ausnahmesituation. Nicht immer, aber es ist schlechtes Gewissen spielt eine Rolle. Die Situation hat sich zugespitzt zum Ende. Es ist einfach alles nicht mehr zu schaffen. Die Aufnahme muss klappen. Das heißt, man steht ein bisschen unter Druck. Und da ist auch jedes Verständnis dafür da, dass vielleicht nicht alles offen kommuniziert wird. Nur es wird ja auch nach der Biografie gefragt. Und wenn ich ein ehrliches, ein professionelles Interesse an dem Lebensweg, an der Lebensleistung des Menschen habe, dann werbe ich auch dafür, dass dieses mein Interesse mit einer entsprechenden Ehrlichkeit auch belohnt wird. Wenn es dann in den ersten Tagen schon dazu kommt, dass die Bewohnerin vielleicht kratzt oder mir eben das Getränk, was ich angereicht habe, mir entgegenspuckt. Und dann auf Anfrage bei den Angehörigen, die mir dann sagen, also so kennen wir die Mutter ja gar nicht. Dann war das nicht hilfreich. Ja, es wäre vielleicht schon gut gewesen zu wissen, dass die Mutter Wasser ohne Kohlensäure schlichtweg verabscheut. Oder also, ja. Nicht unwichtig, ja. Ja, ja, dieses, was nervt einen Menschen, was macht ihn unruhig, was führt vielleicht auch zu einer Abwehrreaktion, also zu herausforderndem Verhalten. Das sind ganz sensible Themen. Und die empathisch, strukturierend abzufragen, von mir aus auch mit einer Checkliste, damit das nicht vergessen geht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es muss ein gegenseitiges, offenes Gespräch geführt werden. Ehrlichkeit auf beiden Seiten. Halt eben auch vor dem Hintergrund, dass Angehörige manchmal so die Sorge haben, Mensch, wenn ich das sage, dann wollen die vielleicht die Mutter nicht aufnehmen. Mich könnte man mit schwarzem Tee fuchsig machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den ausspucken würde, aber ich weiß auch nicht, wie ich mit 86 dann später drauf bin. Ja, siehst du. Wie schützen Arbeitgebende ihre Mitarbeitenden bei all den Herausforderungen? Erstmal durch Struktur und auch durch Befähigung, um es mal so zusammenzufassen. Du hattest auch schon angedeutet, in der Checkliste, also so eine Systematik ist schon gut. Ja, und wenn es um die Gesundheit, um die Sicherheit der Pflegenden geht, dann haben wir ja das Instrument der Gefährdungsbeurteilung. Und die liegt ja in den Bereichen der Pflege vor. Und diese Gefährdungsbeurteilung, die gibt mir Hinweise auf Faktoren, die ich abfragen sollte bei der oder für die Pflege des individuell neu aufzunehmenden Bewohners. Und ich bin ja immer eine Vertreterin davon, zu sagen, Leute, nehmt eure bestehenden Strukturen und Prozesse und pflegt da den Gedanken der Sicherheit der Gesundheit mit ein. Und da habe ich ja in der Altenhilfe eine strukturierte Informationssammlung, die SIS. Und ich habe eine Pflegeplanung. Und da hinein bringe ich den Gedanken der Sicherheit und Gesundheit in Verbindung mit dem Expertenstandard. Der Arbeitgeber gibt ja Strukturen und Prozesse zur Umsetzung der strukturierten Informationssammlung in Verbindung mit dem Expertenstandard vor. Und jetzt gebe ich ein Beispiel. Also es wird ja im Rahmen des Expertenstandards Förderung und Erhaltung der Mobilität genau ermittelt, bei welchen Aktivitäten muss dieser pflegebedürftige Mensch jetzt unterstützt werden. Zum Beispiel kann er sich nicht selber aus eigener Kraft zum Kopfende bewegen im Bett. Oder er muss Hilfe haben, um sich aufzusetzen im Bett oder aus dem Bett in den Rollstuhl. Und da sind alles Tätigkeiten, da sprechen wir von sogenannten sicher gefährdenden Tätigkeiten. Sicher gefährdende Tätigkeit heißt, dass mit hoher Sicherheit hier eine Erkrankung des Rücken des Muskelskelettsystems zu erwarten ist, wenn Pflegekräfte konventionell arbeiten. Konventionell heißt, sie achten nicht auf ergonomische Arbeitsweise, sie nehmen nicht die Hilfsmittel, die erforderlich sind, sozusagen nach dem, ich habe keine Zeit, Hauruck-Verfahren. Und die BGW hat in Forschungen festgestellt, was dazu führt oder wie man arbeiten muss und mit welchen Hilfsmitteln man arbeiten muss, bei diesen sogenannten sicher gefährdenden Tätigkeiten, damit sie eben meine Gesundheit nicht schädigen. Und da heißt es optimierte Arbeitsweise. Optimierte Arbeitsweise heißt, ich achte auf die Ressourcen des Bewohners. Ich nutze sie gezielt. Ich achte auf Ergonomie, auf rückengerechte Arbeitsweise und ich nutze kleine Hilfsmittel zum Beispiel. Gleitmatte, Antirutschmatte. Oder ich gebe der Bewohnerin ein Bettsügel an die Hand. Dann kann sie sich vielleicht sogar ganz ohne Hilfe im Bett zum Kopfende nach oben bewegen. Und manchmal reichen auch kleine Hilfsmittel nicht aus, um die Druckbelastung auf die Lendenwirbelsäule ausreichend zu reduzieren. Und dann brauche ich wiederum technische Hilfsmittel. Und wenn ich das in der strukturierten Informationssammlung so schon erfasse und dann mit einer Checkliste arbeite, ja, und zwar, das sind die Tätigkeiten, das sind die Hilfsmittel. Dann ist das ganz einfach, will ich mal sagen, stellt Verbindlichkeit her. Und noch schöner, die BGW hat sogar eine Vorlage dafür. Davon bin ich fast ausgegangen. Siehst du? Dann geht es ja weiter. Dann habe ich das also festgelegt und dann geht das in die Pflegeplanung. So, nicht anders. Verbindlich. Das heißt, der Bewohner weiß, egal wer zur Tür reinkommt, genau so werde ich jetzt angefasst. Ich habe keine Angst mehr fallen gelassen zu werden und ich fühle mich in dem Lifter sicher. Und damit werden wiederum die, ja, fühlt sich der Bewohner gestärkt und das wiederum entlastet die Pflegekräfte. Also, diese Integration des Sicherheits- und Gesundheitsgedanken, der Mitarbeiterorientierung in die bewohnerorientierten Prozesse und Strukturen, da wird für mich ein Schuh draus. Und das kannst du jetzt umlegen auf das Thema herausforderndes Verhalten, auf das Thema Infektionsgeschehen. Du kannst das fortsetzen. Also, du kannst das, was ich jetzt beispielhaft am Thema Bewegen von Menschen ausgeführt habe, kannst du auch fortsetzen. Und dann mache ich nichts doppelt. Also, wenn ich diese Kombination der bewohnerorientierten Prozesse und Strukturen mit den mitarbeiterorientierten Überlegungen konsequent durchdekliniere, habe ich keine Doppelarbeit und eine hohe Wirksamkeit. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Julia, hast du eine übergeordnete Empfehlung für alles? So, die Überschrift, damit es für Pflegende eben auch gesundheitlich gut in die Zukunft weitergeht. Der Stellenwert der Pflegekräfte auf die gleiche Ebene wie den Stellenwert der Bewohnerinnen und Bewohner. Also, konsequente Gleichrangigkeit Bewohner- und Mitarbeiterorientierung heißt auch, dass ich mich selbst als Pflegekraft mit meiner Gesundheit würdigen und wertschätzen soll. Übrigens, das steht genau so auch im Ethikkodex des International Councils of Nurses. Die Pflegekraft wertschätzt und würdigt ihre eigene Gesundheit. Und das mache ich außerhalb der beruflichen Tätigkeit und innerhalb der beruflichen Tätigkeit. Wenn ich allerdings sehe, wie liederlich manchmal Pflegekräfte mit ihrer eigenen Gesundheit umgehen, also irgendetwas anderes als der gute Schuh, der gute Turnschuh in der Pflege schädigt meine Gesundheit. Irgendetwas anderes als ein täglicher Hautschutz auf meine Hände ist ein unnötiges Risiko. Und dennoch ist das Alltag. Und ich glaube, Pflegekräfte möchten manchmal weniger Vorgaben haben und fühlen sich manchmal durch Vorgaben im Arbeitsschutz durch den Arbeitgeber gegängelt. Aber wenn man sich selber mal bewusst macht, was mache ich mit mir, wenn ich mich danach nicht richte? Also so dieses Selbstbewusstsein, wir sind Fachkräfte, wir sind wer, man braucht uns und wir haben ein Standing. Und dieses Standing, diese Selbstachtung, diese Selbstwertschätzung sollte dazu führen, dass ich auch während der Arbeit immer sehr auf meine Gesundheit achte und nicht andere Gründe vorschiebe, zum Beispiel das Thema Zeit, für alles Zeit haben, nur nicht auf meine rückengerechte Gesundheit zu achten. Und niemand darf mir unterstellen, ich wüsste nicht, wovon ich rede. Ich weiß genau, was in den Wohnbereichen abgeht. Ich weiß, wovon ich rede. Aber rückengerechtes Arbeiten, kultursensibles Arbeiten, heißt nicht mehr Zeit brauchen, sondern die gemeinsame Zeit gewinnt viel mehr dadurch. Julia, vielen Dank für deine Tipps. Ich danke dir für das Interview. Ich bin richtig froh, dass ich so ein paar wirklich mir sehr wichtige Aspekte loswerden konnte. Ein sehr wichtiges Thema und ihr findet noch mehr Infos dazu in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Klickt bei diesem Podcast gerne auch auf Abo und schreibt, wenn ihr mögt, wie euch die Folge gefallen hat. Alle Folgen von Herzschlag für ein gesundes Berufsleben findet ihr auf www.bgw-online.de oder auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Mittlerweile gibt es über 100 Herzschlag-Folgen. Viel Freude beim Hören und bis zum nächsten Mal. Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast.